Wisst ihr, was ich heute mache? Heute lese ich euch mal ein etwas längeres E-Mail vor, was mir Martin Kramer geschickt hat. Martin Kramer, wir hatten dann auch ein sehr angeregtes Telefonat, also ein toller Mann, der hier auch ein Buch mir geschickt hat, Unterricht als Kunstwerk, schon alleine der Begriff Unterricht als Kunstwerk, finde ich toll. Er beschreibt auch, wie man heute eigentlich mit Bildung umgehen sollte und beschäftigt sich sehr wirklich mit der Wissensvermittlung und kritisiert auch das System, was wir heute haben. Da bin ich ganz bei ihm, dass wir eigentlich in Zukunft an dieser Front wirklich noch arbeiten müssen. Die Schule, so wie sie heute existiert, glaube ich schon, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten uns da noch mal überlegen müssten, wie wir damit umgehen, weil durch die neuen Medien und so verändert sich ja vieles, auch die Wissensvermittlung ändert sich. Und ich lese jetzt mal seinen Brief vor, sein E-Mail und dann gucken wir mal, was er geschrieben hat. Herzlich Dank für deine Reihe Sehen und Gestalten. Ich mag die Art und Weise der Darstellung, die Langsamkeit, die Konzentriertheit und die Art und Weise der kritischen Sicht. Und weil es mir gefällt, schreibe ich dir über die Ellipse. Nicht zuletzt deswegen, weil es etwas Philosophisches und Mathematisches in sich trägt. Mir geht es gar nicht so sehr um die Ellipse, als um das unmittelbare Hinschauen mit deinen Worten, um das Sehen. Aber zuerst die mathematische Betrachtung zur Mathematik. Es ist, auch wenn man es im ersten Blick nicht wahrhaben möchte, tatsächlich so, dass in der zentralperspektivischen Verzerrung, also so wie wir beispielsweise ein Zylinder zeichnen, eine exakte beziehungsweise echte Ellipse gibt. Ich habe die Kreislinie rechts oben, jetzt muss ich euch das Bild noch dazu geben, also er hat mir auch ein Bild dazu gezeichnet. Eine exakte beziehungsweise echte Ellipse ergibt. Ich habe die Kreislinie rechts oben je zur Hälfte blau und rot gezeichnet. Wenn man diesen Kreis sich in der Perspektive links anschaut, dann verkürzt sich logischerweise die blaue Linie. Die rote ist näher am Auge und daher in der Skizze länger. Trotzdem entsteht eine Ellipse, allerdings ist deren Mittellinie grün gestrichelt, nicht mehr die Mitte des ursprünglichen Kreises. An den seitlichen Stellen, wo die rote an die blaue Linie grenzt, blaue Markierung, wegen die Tangenten in der Perspektive nicht senkrecht. Also, der Kreis, der im Draufblick wirklich ein Kreis ist und die Mitte wirklich hier, also dort wo die blauen Linien gezeichnet sind, der rückt, also die Mittellinie des Kreises rückt in der perspektivischen Linie, rückt die ein bisschen nach vorne hin. Also hat nicht mehr, also ich muss nochmal anfangen, die Mittellinie der Ellipse rückt sozusagen hier nach vorne und bleibt also nicht auf dieser, also wirklich auf dieser Linie, wo rot und blau sich trennen. Das bedeutet, die Verkürzung der hinteren Hälfte ist also nicht mehr verkürzt und wird dann eigentümlich gestaucht, die Ellipse, sondern es bleibt eine reine Ellipse, das wusste ich nicht. Ich dachte immer durch die Verkürzung des Quadrates, die Mitte, wenn man durch zwei Teilen perspektivisch ist, ist ja die hintere Hälfte kürzer als die vordere Hälfte, dachte ich, dann wird es auch so eine Einquetschung der Ellipse geben. Stimmt aber nicht. Komischerweise ist mir das beim Zeichnen immer aufgefallen, weil es ließ sich sehr schwer zeichnen. Ich habe dann wirklich eigentlich immer eine Ellipse gezeichnet. Ich habe subjektiv eigentlich immer das Richtige gemacht, habe euch aber in der Episode habe ich euch was Falsches erklärt. Er sagt, mathematisch ist es so, dass immer eine Ellipse bleibt und das ist interessant. Ihr seht die Mitte der Linie, also die ich hier jetzt mit Bleichschwismatiker zeichne, die wandert jetzt hier, also diese Mittellinie wandert jetzt wirklich nach vorne, also die Mittellinie der Ellipse. Der Kreis hat natürlich seine Mittellinie immer noch in diesem Bereich, deswegen ist der hintere Bereich etwas kürzer als der vordere. So, aber das ist jetzt, der eine oder andere hat es vielleicht nicht ganz kapiert, aber es ist eben eine mathematische Betrachtung eines Phänomens, was wir eben auch sinnlich betrachten können. Und jetzt schreibt er noch weiter. Wenn wir die Welt um uns herum betrachten, so tun wir das stets in der Zentralperspektive. Unsere Pupille liegt dabei auf der Spitze eines Kegels. Wenn wir diese Kegel lenkrecht zur Rotationsachse schneiden, erhalten wir blaue Kreise. Das Erstaunliche ist nun, dass wir, wenn wir den Kegel schräg durchschneiden, erhalten wir nach der Theorie der Kegelschnitte eine exakte Ellipse. Wenn wir parallel zur Rotationsachse schneiden, erhalten wir Hyperbeln. Wenn wir parallel zu einer Mantellinie schneiden, schneiden Parabeln. Es wirkt auf den ersten Blick so, als ob der näher am Auge liegende Teil anders gewölbt wäre. Aber hier täuscht sich unsere Vorstellung von Wirklichkeit. Man kann die Sache anders herum betrachten. Egal aus welcher Perspektive ich einen Kreis betrachte, ich kann diesen stets als Ellipse in einen Kegel einfügen, sodass die Pupille die Spitze des Kegels ist. Wir haben es also ausschließlich mit Ellipsen zu tun, wenn wir Kreise zeichnen. Die Verwirrung kommt daher, weil mit der Änderung der Perspektive neue Hauptachsen entstehen. Aber es ist zumindest hilfreich zu wissen, dass eine Ellipse entsteht. Kurz, die Verzerrung findet nur für Punkte auf der Linie statt. Die Ellipse als Ganzes bleibt eine Ellipse. Hübsch nicht. Fragezeichen. Fast mag ich. Ich habe das jetzt so schnell gelesen, nicht damit ihr es begreift, sondern damit ich euch zeige, dass Texte, die im Räumlichen stattfinden, wo man was Räumliches erklären will, verhältnismäßig kompliziert sind, wenn man sie sofort räumlich erfassen will. Man muss schon in dem Raum schon so viel Kenntnisse haben, dass das, was hier beschrieben ist, auch wirklich verstehbar ist. Parabel und Hyperbel. Ich weiß nicht, ob jeder von euch das weiß, was das ist. Ich musste auch erst nachgucken. Ich wusste, dass Parabelkurven sind, die wir in der Mathematik gemacht haben. Aber so genau weiß ich es auch nicht mehr. Ellipse weiß ich noch. So, was ich euch aber nur sagen will, ist, Beschreibungen von räumlichen Dingen sind letztendlich in der Zeichnung viel, viel besser erklärbar. Und das haben wir hier. Er hat also hier auch eine Zeichnung ja dazugegeben, auch zu diesem Kegel, Seekegel, den er meint. Und da merken wir, dass das Zeichnen in diesem Augenblick auf einmal sehr, sehr hilfreich ist. Wenn er diese Zeichnung nicht daneben gelegt hätte, hätte ich es vielleicht nicht verstanden. Also, das Zeichnen ist so wichtig wie Lesen und Schreiben. Zur Philosophie. Mir erscheint in der zunehmend digitalisierten Welt das Zeichnen von hoher Bedeutung. Es übt die Konzentration, ist genau das Gegenteil der ständigen Reizüberflötung des neuen Kicks. Es lehrt, um die Worte von Hartmut Rosa zu gebrauchen, das Anverwandeln der Welt. Der Bleistift tastet gewissermaßen die Welt ab und während ich das tue, begreife ich Welt. Viel mehr als eine strukturlose Bildschirmoberfläche. Wir können sowohl vom Sehen als auch vom Denken getäuscht werden. Meistens glauben wir jedoch mehr unserem geistigen Konstruktion. Die Verzerrung des Kreises bzw. der Ellipse ist ein hübsches Beispiel dafür. Das Glauben zu verstehen, aber doch nicht verstehen. Wie konstruieren wir Wirklichkeit? All das spricht für das Unmittelbare, das Hinschauen, das Echte und Reale, das Begreifen, um zu begreifen. Kannst du meinen Gedanken nachvollziehen und auch in dem Sinne, wie wichtig in diesem Zusammenhang das Zeichnen deiner Wiederreihe ist? Herzliche Grüße aus Tübingen, Martin. Ja, natürlich kann ich das verstehen. Das ist ja, deswegen haben wir uns auch in dem Telefonat, glaube ich, die Bälle so zugeworfen. Das war wirklich ein tolles, interessantes Gespräch. Da hätte man noch Stunden weiter reden können, weil wir waren auf einer Wellenlänge. Ich glaube, die Erfahrung, die er in seinem Gebiet machte, also viel noch intensiver sich auch mit theoretischen Abhandlungen von Bildung und wie man von Vermittlung beschäftigt. Ich glaube, dass man zu ähnlichen Erkenntnissen kommt. Alle Eltern, die Kinder haben und in die Schule schicken, merken an einem ganz bestimmten Punkt, dass es da eine Sackgasse gibt, wo die Kinder nicht wirklich weiterkommen und man versteht nicht, warum die Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Das ist kein statisches System. Wir müssen an diesem System weiterarbeiten und die Frage stellen, warum lernen wir eigentlich? Und ich habe es irgendwann mal, glaube ich, in einer der Sendungen gesagt. Ich habe ein kleines Mädchen mal gefragt, die Tochter eines Freundes, sagte, zu was ist die Schule eigentlich gut? Und sie sagte, es muss dem Leben dienen. Und sie war acht, neun Jahre alt. Und ich habe gesagt, schöner kann man es eigentlich nicht sagen. Und das, was Martin hier beschreibt, gibt Wasser genau auf diese Mühle. Also es muss dem Leben dienen. Und ich glaube, wenn es dem Leben dient, dann haben wir auch die Chance, eine Motivation dafür zu entwickeln. In diesem Sinne. Wie gesagt, man, 한국atl acke Verantwortung. Und jetzt bin ich Komm!